Herzlich Willkommen bei Märchenzauber. In der heutigen Folge der Wikinger Sagen erzähle ich dir der Raub Iduns. Einmal gingen drei Aßen, darunter auch Loki, gemeinsam auf Wanderschaft. Sie zogen weit über Berg und Tal dahin und kamen schließlich müde und hungrig in ein Tal, wo sie zu rasten gedachten. Sie sahen dort eine Viehherde, griffen sich aus ihr einen Ochsen heraus, schlachteten ihn und bereiteten ihn zur Mahlzeit zu. Sie erhitzten in einem mächtigen Feuer Steine, packten dann das Fleisch des Ochsen dazwischen und umhüllten das Ganze mit Laub. Dann warteten sie, bis das Fleisch gar wäre. Als sie jedoch nachschauten, war das Fleisch noch roh und hart, sodass sie nochmals beginnen mussten. Sobald sie jedoch meinten, nun sei die Speise fertig, stellte sich heraus, dass es nicht anders war, als das erste Mal. Verwundert hielten sie untereinander Rat, wie das wohl zugehen könne, als sich aus dem Wipfel der Eiche, unter der sie ihre Rast hielten, eine Stimme hören ließ. Mein Werk ist es, dass euer Fleisch nicht gar wird. Und solange ihr mir nicht versprecht, dass ihr mich mithalten lasst, werdet ihr niemals zu eurer Mahlzeit kommen. Überrascht blickten sie aufwärts und sahen, dass die Stimme von einem großen Adler kam, der im Geäst der Eiche saß. Sie versprachen ihm, was er verlangt hatte. Und nun flog er herab. Gleich darauf war die Mahlzeit fertig. Der Adler aber nahm sofort beide Keulen und beide Schulterstücke des Ochsen für sich weg. Darüber geriet Loki in heftigen Zorn. Er griff eine lange Stange und schlug damit nach dem Adler. Dieser erhob sich sogleich in die Luft. Das eine Ende der Stange aber haftete an ihm, das andere an Lokis Händen. Der Adler flog in solcher Höhe, dass Lokis Füße gerade über Stock und Stein hinschleiften. Und es war diesem zumute, als würden ihm die Arme aus dem Leib gerissen. Da rief er dem Adler zu, er möge ihn schonen, worauf dieser entgegnete, »Niemals mehr wirst du frei, wenn du mir nicht versprichst, Idun mit ihren Lebensäpfeln aus Asgard herauszuschaffen.« In seiner Not versprach Loki, diese Forderung zu erfüllen. Und nun konnte er seine Hände von der Stange lösen, sodass seine Qualen ein Ende nahmen. Der Adler war kein anderer gewesen, als der Riese Tyassi, der Adlergestalt angenommen hatte. Bevor die beiden sich trennten, verabredeten sie Tag und Stunde, wann Loki seine Versprechen erfüllen solle. Und als dann die vereinbarte Zeit herannahte, begab sich Loki zu Idun und erzählte ihr, er habe im Wald, nahe vor den Toren von Asgard, einen Baum mit Äpfeln gefunden, die ebenso gut seien wie die ihren. Sie möge ihn begleiten, um selbst zu sehen, dass er die Wahrheit spreche. Und wenn sie ihre Äpfel mitnehme, so könne sie diese sogleich mit den von ihm gefundenen vergleichen. Idun war arglos und bereit, Lokis Rat zu befolgen, nahm ihre Äpfel und ließ sich von ihm an die Stelle führen, wo der Baum mit den Äpfeln stehen sollte. Statt eines Baumes war dort aber der Riese Tyassi in Adlergestalt. Der ergriff Idun und schleppte sie mit sich auf sein Gehöft. Die Aßen merkten alsbald mit Entsetzen, was der Verlust Iduns und ihrer Äpfel für sie bedeutete. Sie, die ihre Tage bisher in unveränderter Kraft und Jugendfrische verbracht hatten, wurden zusehends alt und matt, seit ihnen die wunderbaren Äpfel fehlten, die sie sonst Tag für Tag aßen. Da es galt, rasch zu handeln, hielten sie sogleich ein Thing ab. Es stellte sich alsbald heraus, dass niemand mehr Idun gesehen hatte, seit sie in Begleitung Lokis Asgard verlassen hatte. Sogleich ließen die Aßen Loki herbeiholen und bedrohten ihn mit dem Tod, wenn er nicht eilends Idun wieder zur Stelle schaffe. Da geriet Loki in Todesangst und versprach in Riesenheim nach Idun zu suchen, wenn ihm Freya ihr Federhemd leie. Diesen Wunsch erfüllte Freya, worauf Loki sogleich seinen Flug nordwärts nach Riesenheim lenkte und das Gehöft Tyassis aufsuchte. Der Riese war gerade zum Fischfang aufs Meer hinaus gerudert, sodass Loki Idun allein im Haus antraf. Da verwandelte er sie in eine Nuss, nahm sie zwischen die Klauen und flog mit ihr, so schnell er konnte auf Asgard zu. Gleich darauf kam Tyassi nach Hause und vermisste Idun. Er ahnte sogleich, was geschehen war, nahm Adlergestalt an und machte sich an die Verfolgung Lokis. Die Aßen, die ungeduldig nach diesem Ausschau hielten, sahen alsbald den Vogel mit einer Nuss in den Fängen auf Asgard zufliegen, während ein Adler ihn verfolgte. Da schichteten sie rasch vor dem Wall Asgards Hobelspäne auf und als der Vogel glücklich darüber hinweggekommen war und sich in Asgard niederließ, setzten sie die Späne in Brand. Das Feuer flammte hoch und erfasste den Adler, der eben herbeigeflogen kam und nicht mehr ausweichen konnte. Nun musste Tyassi zu Boden. Da ergriffen ihn die Aßen und erschlugen ihn. Tyassi hatte eine Tochter, namens Gadi. Diese gedachte, den Tod ihres Vaters an den Aßen zu rächen, rüstete sich mit den Waffen Tyassis und begab sich nach Asgard. Die Aßen wollten den Kampf vermeiden und boten Sgar die Buße an. Sie schlossen mit ihr den Vergleich, dass sie einen der Aßen zu ihrem Gatten wählen dürfte. Bei dieser Gattenwahl solle sie aber nicht mehr zu sehen bekommen, als die Füße derer, unter denen ihr die Wahl zustand. Wie es vereinbart war, wurde es auch gehalten. Und als Gadi ein paar besonders schöne Füße sah, rief sie aus, diesen da, diesen da wähle ich, denn an Baldar wird nichts Hässliches sein. Die Füße waren indes nicht die Baldars gewesen, wie sie geglaubt hatte, sondern gehörten Njörd von Noatun. Njörd liebte es, nahe am Meer zu wohnen, und dort lag auch seine Wohnstätte. Denn Noatun heißt Gehöft der Schiffe. Skadi dagegen war im Gebirge aufgewachsen und liebte über alles die Jagd. Da beschloss das Paar, sie wollten immer abwechselnd neun Tage in Noatun und dann neun Tage in Trümheim, in Skadis Heimat zu verbringen. Beiden war jedoch, diese Vereinbarung, bald leid, und als Njörd nach Noatun zurückkehrte, sprach er, Leid sind mir die Berge. Nicht lange war ich dort, neun Nächte nur. Schöner schien mir der Schwäne Gesang als der Wölfe Wut geheul. Skadi gefiel es aber in Noatun nicht besser als Njörd in Trümheim, und darum sprach sie, nicht schlafen kann ich vor dem Schreien der Vögel an der Brandung Bett. Jeden Morgen, wenn sie vom Meer kommt, weckt mich die Möwe. Darauf beschlossen sie, dass Njörd für immer in Noatun bleiben solle. Skadi Skadi aber zog wieder hinauf ins Gebirge nach Trümheim. Skadi 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 Untertitelung des ZDF, 2020